Alter, dieser Autobahn ist so schnell! Hää? Kann man sich nicht an Lian festhalten? Oh mann, die Lian sind so verbuggt in dem Game... Ich hasse Dschungel jetzt. Ich hasse Biot. Wie heißt das? Biot? 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 Bauen wir die Treppe weiter hier runter, denn dann können wir hier noch den Gang rüber machen. Niiiinh, neiiiin! Kann sein, weiß ich nicht. Richtiges Versager-Geräusch. Ja. Was passiert, Romatra? Ich bin wieder da. Hallo, hallo, ich bin da. Könnt ihr mich abholen? Du bist doch bei uns zu Hause, oder nicht? Ja. Ja, warum sollen wir dich denn da abholen, wenn du... Du weißt doch, wo... Also... Ja, ich hab das Eis jetzt. Bau mir die Anlage. Ja, machen wir jetzt gleich. Warte, ich muss erst mal die Farm hier fertig bauen, Schatz. Wie viel Stacks hast du? Frag nicht so gierig. Fünf. Reicht nicht. Kannst du nochmal loslaufen? Nee. Alter, du willst auch nicht helfen, ne? Fünf Stacks? Was ist denn mit dem Rest aus deinem Inventar, Alter? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Stacks, komm. Könnte reichen, ja. Oh, könnte reichen? Könnte, weiß ich nicht. Jetzt müssen wir hier eigentlich, zack, nur noch nach oben. Dann fallen die hier wieder, zack, runter. Dann haben wir den Hasen. So. Sieht halt echt hässlich aus, das Ding, aber es wird funktionieren. Also bei mir ist es so, dass ich immer sehr, 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 sehr gerne oben aufzahle, wenn ich mir ein Rind kaufe oder Fleisch irgendwie aus der Region oder so gut behandelt, dass das nicht Massentierhaltung ist. Aber Minecraft ist mir das ein bisschen egal. Okay. Okay, gutes Gesprächsthema. Bin ich stark. Ich bin Löffel 30. Wieso rufe ich das so laut? Hast du selber gemerkt, oder? Ja, aber ich bin echt Löffel 30 jetzt mal, von real. Kannst du jetzt schnell wiederkommen, Revi? Ich brauche dich jetzt wirklich von real. Bro, lass mich das doch mal erstmal fertig bauen, Bro. Aber ich möchte doch, man, echt jetzt? Ja, Digga, ich fahre jetzt nicht hin und her, 200 Kilometer nur für dich jetzt hier wieder. Dann baue ich jetzt hier eine richtig, richtig, richtig hässliche Riesenfarm hin. Warum? Warum drohst du mir, Alter? Ich habe ihm nichts getan. Die wird so hässlich, dass ein schwarzes Loch entsteht und unser Server abkackt. Das wird das hässlichste, was Minecraft je gesehen hat. Direkt in unseren Leuchtturm rein. Ich baue das in unserem Leuchtturm. Du bist ein Assi bist du. Der habe ich. Ne, passt. Stark. Funktioniert. System geht. Jetzt fehlt da oben eigentlich nur noch das Dach drauf. Und dann ist eigentlich unsere Farm soweit. Einsatzbereit. Ich muss nur noch gucken, dass es mit der Fallhöhe funktioniert. Aber ich glaube, das Schild muss eins höher. Ihr habt recht. Ihr habt gar verdammt nochmal recht. Das Schild muss natürlich hier hin. Sonst schwimmen die da. So. So, dieses Fakten von Spawner kommt natürlich auch weg. So, und dann. So, schauen wir mal. So. Ah, ich habe noch da hinten das Wasser. Was ist denn jetzt hier los? Mit dem Wasser? Was ist denn jetzt hier los? Seit Folge 1 jetzt. Ich muss mich einmal abholen. Mann, magst du jetzt chillen? Ich bin hier wirklich gerade am Konzentrieren. Du Assi, Alter. Das geht doch darum, dass wir jetzt zusammen was machen. Ja, Digga. Du musst dich jetzt immer ganz los hier chillen. Oh, Mann. Schilder fehlen. Ja, ich weiß. Die kommen jetzt. Die werden zu reden. Ich bin bei einer Knochenmehl-Farm. Ich guck mal, wie es funktioniert. Chillen die ja hier. Das will ich ja nicht. Was braucht ein Kak... Nee, Leute. Wenn ich das Schild hier weg mache. Guck mal. Das ist der Sch*** wieder. Raff dir es nicht. Versuch es nochmal mit mehreren Schildern. Wenn nicht, gehen wir das Eis holen von Max. Dann versuchen wir es damit. Was? Ist das gut oder schlecht für mich? Er will einfach dein Eis nehmen. Nein, das geht nicht. Nee, Leute. Das funktioniert so nicht. Ich glaube, dass die sich hier tatsächlich... Dass sie sich halt gegenseitig irgendwann hier reinpushen werden. Ja, ich glaube ein Eisblock dahin, Leute. Da musst du wohl richtig weit laufen nochmal um den Sand. Ja, dann komme ich dich holen. Alter, Mann. Ich hasse das hier. So ein Sch***. Das heißt, was wir jetzt machen ist so... Und wir lassen es jetzt erstmal so. Und lassen jetzt einfach darauf spekulieren, dass die Sch***-Skelette sich da gegenseitig reinpushen. Die Opfer. Ja, das werden die nämlich machen, weil die nämlich dumm sind. Passt auf. So, je mehr Sch***-Skelette nämlich jetzt hier spawnen. Guck mal, der steht jetzt da. Aber der andere pusht jetzt gleich von hinten, wenn der dann auch einspawnt. Dann falle ich jetzt da rein, du spaßt. Passt auf jetzt hier. Achtung. Da, guckt hier. Was ist funktioniert nicht? Was wollt ihr von mir eigentlich? Bin ich dummer? Ich spiele ja schon deutlich länger als ihr. So, und jetzt müsste ich denn eigentlich... Guck mal hier. So, zack. Was wollt ihr da? Wenn man jetzt nämlich hier stehen bleibt, funktioniert es doch. Wo sind die Zombies? Normalerweise sind die 80 Milliarden Zombies, die alles in die Luft springen, was ich mache und brauche. Wo sind sie jetzt? Lass mal kurz pennen gehen, bitte. Mhm, mhm. Diese Nacht ist die Nacht, wo wir nicht pennen können. Macht irgendwas anderes. Ready? Ich muss jetzt diesen Zombie da einsperren. Ich brauche diese eine Nacht, brauche ich. Wie baut man einen Kaktus? Wieso kann ich einen Kaktus nicht nebeneinander bauen? Na gut, soviel zu Max. Kann ich zwei Kaktien nebeneinander bauen? Ne. Oh, man kriegt damage, wenn man draufsteht. Ja, ist ja auch ein Kaktus, ne? Also Leute, ich weiß nicht, was ihr wollt. Die Farm funktioniert. Die Farm funktioniert. Und sie funktioniert gut. Die sterben nicht ganz. Sie sollen noch nicht ganz sterben, weil wenn ich sie nämlich jetzt klatsche, kriege ich die XP und alles hier an Item landet hier im Dropper. Es ist zu hell. Leute, es ist perfekt. Es ist einfach perfekt. Ja, f***. Kaktien anbauen ist ja unnormalschwer. Ich kriege die ganze Zeit Damage. Ich lief es wie Romatra und nicht so richtig komplexe Sachen machen, Alter. Ja, richtig komplexe Sachen. Romatra hat noch nicht eine Sache gebaut. Also ich glaube, das funktioniert bis jetzt ganz gut, tatsächlich. Schwarzes Glas. Bruh. Are you serious? Gebaut von mir. Mit meinem Design. Ähm, ja. Guck mal hier, Leute. Zack, da stehen sie alle. Da stehen sie alle. Wenn man jetzt lange genug wartet, wenn man lange genug wartet, einmal draufklappen, Alter. So, Achtung. Wenn ich jetzt hier klappe, guck mal hier. Klappe ist alle gleich fertig. Zack. Extrem viel XP. ganzen Items hier in den Dropper, in die Kiste rein. Nice. So, ich hab in der Zwischenzeit einfach nochmal ganz spontan, sag ich mal, eine Mob-Farm gebaut, Jungs. Willst du jetzt Props farmen, oder was? Die Sch***. Du hast die noch gar nicht gesehen. Kann man den Zuschauer kurz rübergehen und sagen, ob die gut ist oder ob die Sch*** ist? Mittel bis Sch***. Geht so. Sch***. Aber für Revi okay. Bro. Absolut. Ich hab jetzt drei Level gefarmt. Innerhalb von ein paar Minuten. Ich bin Level 29 gewesen. Also ich weiß nicht, was du willst, Max. Wir haben ja nochmal zwei Versuche. Klappt. Der Hase läuft. Lieben. Du wirst die lieben. Weil du wirst die verstehen. Selbst du mit deinem riesigen Trimax-Kopf wirst sagen, Alter, Revi, ist geil. Ich komm jetzt zu dir und dann bauen wir eine Autobahn, okay? Wie viel Cobblestone hast du, Max? Null. Cobblestone ist selten. So sagen wir mal, die Cobblestone machen. Alter, Cobblestone ist selten. Da könnte ich ja hier am meisten kotzen für diese Aussage. Ich entfülle hier keine Menschen. Ich mach nur ein paar Sachen mit. Kollegen hier. Kollege Arno. Arno. Hey, Arno. Entschuldigung, dass ich gerade so laut werden musste, Leute. Ich hab gerade ein paar Probleme mit Arno. 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 Hey, ich weiß, du willst dich ins Loch. Arno, bitte. Arno. Du bist ein kleiner Assi bist du, Arno. Du gehst in das Sch***loch rein, Alter. Wieso heißt der Arno? Deshalb. Arno Dübel, der Arbeitslose. Kennt man doch. Ah, kennt man. Stimmt. So, jetzt geh bitte an Land, damit ich dich in meine Höhle locken kann. An Land. Arno. Mein Gott, kotzt du mich an mit deiner Sch***, Arno. Ich hasse dich. Weißt du das? Lass ihn in Ruhe. Nee, ich hasse den Assi, Alter. Arno, Junge. Ich klatsch ihm gleich so die Zähne ein, dem Penner, Alter. Du steigst jetzt hier aus. Du steigst jetzt hier. Kleiner. Arno. Halt, Arno. Stopp. Polizei. In das Boot rein. Nein, geh jetzt nicht in das Haus, Arno, bitte. Mach doch nicht so einen Sch***, Alter. Komm. Arno. Arno. Sch***, Mann. Arno. Das hätten wir uns sparen können, Junge. Ey, Arno, du bist ein Arsch bist du. Weißt du das? Er ist gestorben, Alter. Oh, schade. Jetzt kann ich da hoch und muss ich jetzt deine Sch*** Schwester holen. Die Gitter. Asozialer, wirklich. Achtung, Gitter. So. Guck mal, du bist nämlich, du bist nämlich down to earth bist du, Alter. Guck mal, was denn das für Geräusche? Das ist das Geräusche des Versagens. So. Gitter. Du machst das hier, ja? Du kümmerst dich. Alter, guck mal hier. Achtung, Leute. XP-Farm. Boom, Junge. Und? Alter. Da kommen die Level reingerastet, Alter. War gerade hier fünf Minuten ein bisschen Oben war ich unterwegs. Ein bisschen mit Arno hier. Habt ihr ja umgebracht, ne? Instant. Haben wir 40 Knochen gefarmt, Alter. Und schön anderthalb Level. Aber auf Level 30. Das ist ungefähr Äquivalent zu Level 10 von Level 0 an. Boom, Alter. Woo. So, Gitter. Max, hast du Bock auf ne Autobahn? Hab Bock auf ne Autobahn. Und wir nennen das den Melon Highway, okay? Weil hier in dem Dorf gibt's Melonen. Melon Highway. Melonen. Okay, bin ich dabei. Geil, Alter. Geil, Mann. Ich sag euch eins. Der Melon Highway wird das schnellste und most advanced. Most advanced, okay? Ja? Das muss man so ausdrücklich. Most advanced. Most advanced Fortbewegungsmittel. der ganzen Minecraft-Geschichte. Ja, okay. Mach. Jetzt ist nämlich die Frage. Im warmen Wasser schmilzt das Eis, ja oder nein? Das werden wir gleich herausfinden. Hat Trimaxen sonst gefarmt oder nicht? Wir werden's sehen. Gitter ist deine Schwester. Gitter ist die Dorfmatratze. Hört auf, so über Gitter zu reden. Das ist ne ehrenvolle Frau, die für uns hier die Arbeit macht. Alter, ich hab ja die Idee. Na? Der Melon Highway wird aus Melonen gebaut. Weißt du warum? Weil die Melonen ultra schnell nachwachsen und das ein richtig schönes Muster ist. Da können Melonenblöcke machen. Ist das ne Idee, Leute? Ist das ne gute Idee oder dauert das zu lange? Was sagt ihr? Hier. Dauert zu lange, zu lange. Äh, äh. Passt mal auf. Ich zeig euch jetzt mal was. Ich fahr mir jetzt hier das Feld ab. Ich will's nicht im Nether bauen. Ich will's über den Ozean bauen, Leute. Ich möchte's über den Ozean bauen. Ich will's einfach machen. Ich hab da Bock drauf. Ich weiß, dass es im Nether schneller wär. Aber schnell ist nicht immer geil. So, ich werd jetzt instant auf Silk Touch verzaubern. Ich zeig's dir. Pass auf. Achtung. Glocke. Zack. Und rein damit. So. Und boom. Unbreaking 3. Ich hab's doch gesagt. Ist doch schlecht. Wie, ist doch schlecht. Willst du mich verarschen? Das ist es doch nicht wahr, Alter. Ist schon wieder Unbreaking 3 auf meine Sch***, Alter. Geh jetzt mal ein paar Melonen damit farben. Assi. Das ist meine Farben. Ne, Leute. Melonen. Also, Melonen Highway. Oh, wird schwierig, das komplett aus Melonen aus der Seite zu bauen. Da brauchen wir eine viel größere Farben, Alter. Brauchen wir mehr Melonen? Ja. Ne, bitte mach jetzt nicht, Max. Komm. Fühl ich jetzt nicht wieder dazu gerufen, um jetzt eine riesige Melonen-Farm zu bauen. Ne, Leute. Melonen-Highway machen wir nicht. Wir machen es erst mal ganz normal mit Stein. Das dauert sonst wirklich viel zu lange, Alter. Die Achterbahn. Die Autobahn startet von hier vorne. So. Hier kommt jetzt die Autobahn hin. Geile Sch*** da. Geile Sch***, Mann. Das wäre so eine richtige Trimax-Aufgabe hier. Da hat der keinen Bock drauf, der Penner. Was denn? Schreit eben die ganze Zeit rum. Ich will eine Autobahn bauen. Jetzt mach ich das für den. Und der hat keinen Bock da drauf. Ich hasse den so, ey. Ja, das ist immer ganz frustrierend. Sag mal. Autobahn. Iced out, Alter. Ich baue mir eine Autobahn. Iced out. Titel für die Folge steht. Sieht man das? Da werde ich schon ganz rot verlachen. Geil. Geil, Alter. Geil, Max. Geil, Junge. Verstehst gar nicht, was hier passiert, oder, Max? Ich verstehe es richtig hart. Verstehst du es denn wenigstens? Ich fühle es sogar sehr. Ey, Chat, das wird ewig dauern. Das sage ich euch. Das wird eine richtige Monster-Aufgabe. Das ist, glaube ich, die größte Aufgabe. Und wahrscheinlich werden wir dann scheitern. Komm, hau ab. Danke. Was ist falsch? Brauche ich mir einen neuen Pfeil, Digga. Was ist falsch? Du spasst alle zwei Blöcke. Okay. Muss ich links und rechts abwechseln, oder was? Ey, ihr kotzt mich alle so an, ihr Sch***-Penner im Chat. Stilk-Touch-Iron-Pick-Axed. Warum eine Iron-Pick-Axed, Junge? Gott, du bist nur ein... Mein Gott, Alter, Max, Alter. Nee, Digga. Du hast eine Chance, endlich mal was richtig zu machen. Eine Chance, Alter. Und du verkackst sogar beim Sch***-Zaubern, Junge. Ja. Da liegt doch eine Dear-Pick-Axed im Sch***-Schrank. Ja. Ja? Max, geht bitte ganz schnell. Ganz schnell, wählt weg von mir und farm dieses Sch***-Eis, Alter. Sonst dreh ich hier am Rad. Ich dreh frei. Spark sagt, er würde helfen. Eure Meinung, dass du da Spark unserer Sch***-Autobahn baut? Eine Bimbo-Aufgabe. Das ist halt echt übel, die Bimbo-Aufgabe. Ja, Spark ist für mich kein Bimbo. Spark ist ein hochintelligenter Mensch, der für so eine Bimbo-Aufgabe nicht in Frage kommt. Es kann... Unge oder Dehner kann das machen, aber nicht Spark. Das ist so ein richtiger Holzkopf. Es ist wie Sozialstunden, die ich gerade mache, Alter. Katja, Palle. Ja, ich bin ein starker Minecraft-Spieler. Max, du hast es gerade verkackt beim Zaubern. Lass uns doch direkt Knossi fragen, Alter. Dann können wir doch mitten auf der Autobahn bauen noch ein Casino dazu. Let's f***ing go. Sparky hat doch Bock. Ey, Leute, wenn Spark Bock hat, der will gerade. Was sagt ihr? Wenn er Bock hat, die Autobahn... Wenn er Bock hat, gerne. Sag ich nicht nein. Spark, komm jetzt Discord. Ansage ist gefallen. Hallo, Spark. Moin. Alle haben geschrien, dass du eine Autobahn bauen willst, was eine richtige Bimbo-Aufgabe ist. Und ich warne dich davor, es ist eine absolute Bimbo-Aufgabe. Ach, ich hänge gerade hier so ein bisschen und habe ein bisschen zugeschaut nebenbei. Und ja, warum nicht? Sag mir nicht, ich hätte die durch den Nether bauen können. Ich weiß das alles, Spark, ja? Aber ich möchte die bewusst nicht durch den Nether bauen. Ich will, dass das... Du steigst ins Boot ein. Bam. Und dann bist du in Valhalla, Junge. Direkt bei meiner geilen Skelett-Farm. Ich habe so eine richtig geile Old-School-Skelett-Farm, habe ich gebaut. Immer noch effizient eigentlich für den Aufwand, wenn man ehrlich ist. Ja, gibt bessere Sachen. Du hast die doch gar nicht gesehen, du Fettkopf. Und du auch nicht, Romate. Halt's Maul. Beides Maul halten. Hui. Auf geht's, Spark. Let's go. Pass auf. Du setzt hier in Nether-Rack, ich setze das Eis, okay? Können ja alle mal ganz los ein bisschen Liebe hier für Spark raushauen, dass er sich jetzt hier die Sch*** hier antut, Alter. Ich fand das ganz lustig, in Amisant euch zuzugucken. Trimus, du bist gerade Eis holen, oder? Ich kann das Rennen nicht weiter machen. Ich kann doch nicht losgehen, ich muss doch was machen vorher. Ach, Junge Max, wir haben gleich kein Eis mehr, Alter. Dann hängt es wieder an dir, wie du Sch***. Wir arbeiten wie die Tiere und du machst wieder irgendeinen Müll, fütterst Hühner. Keine Ahnung, was du da machst, Alter. Real Faden, danke für deine 6 Euro. Extra auf Fiverr einen Auftrag erstellt zum Blöcke farmen. Leute, kennt ihr Fiverr? Ja, ne? Ja, das ist das für PewDiePie. Da ist das für PewDiePie. Ja, genau das. Danke, du bist echt dein Mann. Ich will Minecraft Blöcke farmen am 4,33 Euro. Ich farme dir kurz ein paar Blöcke und dann bin ich wieder raus. Einfach IP checken per Twitch. One Day Delivery. Digga, der hat jetzt hier einfach easy going. Einfach im Stream sagen, was du willst. Und ich gehe auf die Suche und baue ab und kümmere mich um alles. Legst du in die Kiste und bin wieder raus. Auf Ehre, du hast gesagt Fiverr. Also muss ich jetzt einen Finger zeigen. Auf Ehre. Ja, Leute, keine Ahnung, ob ich jetzt da nochmal 4 Euro für zahlen muss. Ich meine, der hat mir 6 Euro geschenkt. Also eigentlich wäre das nur fair. Soll ich jetzt auf Fiverr einen Auftrag annehmen von Fan, damit der uns Blöcke farmt? Was denn für Blöcke? Cobblestone? Cobblestone ist selten, Max. Nein, Cobblestone ist nicht selten, aber ist halt hard to farm. Ist nicht. Hard to farm. Ne, ich vertraue dem nicht, Alter. Das ist das Ding, ich vertraue ihm nicht. Da müsste ich jetzt noch einen Admin einschalten, der die ganze Zeit guckt, was der Typ macht. Wenn der jetzt hier hingeht und irgendwas kaputt macht, dann bin ich raus, Alter. Dann spiele ich kein Minecraft mehr. Boah, Max, wie stehst du dazu? Was denn? Wenn ich meinen Bruder und einen anderen Kerl, den ich privat kenne, hier weitliste, die uns ein bisschen farmen und dann wieder abhauen. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Cobblestone und Eis und du gehst ja nicht. Du Assi. Assi bist du selber. Ey, wir müssten eigentlich alle an diesem Projekt arbeiten. Dann kriegen wir das heute noch fertig, aber ihr wollt hier alle nicht. Ja, go, 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 machen wir, go. Romata, Feuer einstellen. Sofort mithelfen, du Assi. So ein Kern, Assi. Ich mach den Stream, dann kannst du dir meinen Farb auf den zweiten Bildschirm legen und überwachen. Easy goal. Ey, Max, wir haben jetzt hier einen, der hat mir 12 Euro, der hat gesagt, er macht, der streamt das, wie er das macht. Wir müssen es selber schaffen. Ich denke auch, wir müssen es selber schaffen. Wir müssen es selber schaffen. Spark ist so dabei und streamt. Okay, Leute, wir werden demnächst ein richtiges... Wir werden demnächst... Okay, Real Faden, danke für deine 18 Euro insgesamt und für den Fiverr-Auftrag. Wir werden jetzt demnächst, das sag ich euch, wir werden ein richtig großes Bimbo-Projekt haben, wo richtig viele Bimbos gebraucht werden. Und dann stehen wir da oben und ihr Bimbos farmt das uns, okay? Demnächst ist Bimbo-Time, Community-Folge. Revi, vielleicht wenn du die Slaps an der Unterseite machst, dann würden da mal keine Mobs draus kommen, man kann trotzdem nicht im Boot rausfallen, oder? Ist das so? Ich denke mal, du kannst ja nicht über die Kante von der Slap drüber fahren. Ja, okay, dann machen wir es auf der Unterseite. Sieht sogar nicer aus, finde ich. Standard-Skill-Musik. Ja, wisst ihr warum? Weil wir gerade ein Victory Royale hier haben. Wir bauen eine Autobahn. Meinungen zu Ani Sedak. Ich hatte ja auch mal Minecraft gespielt. Max, dazu oder nicht? Ani Sedak, eine Frau im Bunde. Lustig. Jede Folge Special-Gest. Wir müssen mit Chef Strubel zocken, wir zocken mit Spark, wir können mit Ani zocken. Ich wäre auch dafür, dass wir Aromatra insgesamt aus dem Projekt rauskauen. Ich kann auch alles. Schaut es euch an, Leute. Oh, schau mal! Pass auf, pass auf! Na jo. Die Autobahn läuft, Leute. Mit Papa Platte bauen wir ein S*** Dungeon in Minecraft, Alter. Ähm, Spark, ich glaube, ich muss auf die Nether-Blöcke auch noch Half-Slaps machen, damit da keiner drauf spawnt, ne? Ist richtig. Ähm... Ja. Ja, ja, könnten wir noch dazwischen. Auf Eis spawnt keiner, ne? Glaube nicht. Oh mein Gott! Es ist wieder ein Creeper explodiert. In unserer Basis. Halt deine Fresse! Halt deine Fresse, Max! Du kannst es nicht immer... Es passiert ja nur dir, du Asoziale. Oh mein Gott, die ganze Kiste ist Schrott. So eine S***. Och, Junge, nee. Nee, ist nicht so. Das ist so... Das ganze Eisen, jetzt die... Oh mein Gott! Rumatra, komm her, sauber machen. Ich hole Eis. Gar keinen Bock, das jetzt zu richten. Ich hole Eis an. Nee, das ist deine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe. Och Mann, Max, Alter. Guck mal hier, du... S*** Penner, Junge. So eine Kacke. Rumatra, komm, sauber machen. Nee, mach ich nicht. Du bist so ein Assi bist du, Alter. Mach's kaputt, ich soll sauber machen? Nee, mach ich nicht. Digga, du sprengst immer alles hier bei uns in die Luft, Alter. Was ist dein Problem? Das ist nervig, ist das nervig. Die kommen aus dem Nichts und nerven einfach nur. Was hast du eingestellt? Ich hab gar nichts eingestellt. Hör doch auf, wie dein Conspiracies immer mein Mix. Hier sind vier Explosions-Creeper. Es sind erst mal, sind es normale Creeper. Und es ist... Oh mein Gott, Spark, Alter, rette mich. Ich schwör, ich drehe hier durch. Leuchtet einfach mal vernünftig aus und zwar überall. Ja. Ja, das sag ich seit Wochen. Das unnormal belohnt, von einem Pro einfach recht zu kriegen. Du kriegst nicht mal recht, Alter. Es passiert immer nur... Oh, Junge, jetzt sitzt der da in der... Max, du hast einen Netherman mitgenommen. Das ist wieder eine Unterstellung. Nee, der sitzt jetzt in einem Boot bei unserem Strand. Den kann der da reinsetzen, oder was? Alter, ich kann durch seinen Maul gucken, Junge. Wir haben einen neuen Kollegen hier. Kann man einem Enderman ein Name-Tag geben? Äh, ja, denk schon. Das ist Strandmann. Strandmann. Ja, mach Strandmann, Junge. Strandmann, Alter. Wuuuuh. Ey, geil, Alter. Ja, ich hab mich Strandman genannt. Strandmann, Alter. Ist geil. Kann der Enderman jetzt despawnen mit Name-Tag, nee, ne? Mit Name-Tag nicht, nein. Geil, Strandmann, Alter. Strandmann. Wuuuuh. Du, 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 du bist so stressig. Oh. Explosions-Creeper hinter mir. So, Leute, wir haben jetzt folgendes. Wir haben jetzt hier Strandmann, okay? Und jetzt immer, bevor wir eine große Mission haben, müssen wir Strandmann um Rat fragen. Achtung, okay? Ist es okay für alle Anwesenden? Nee, ich hab sowieso nichts zu melden, ne? Durch. Ja, ich... Ja, okay. Sag mir so. Danke. Weiß ich nicht. Aber nur, wenn es wirklich... Ich bin älter als 8. Deine Community aber nicht. Richtig, deine Community wird sich darüber freuen. Du lässt ihn da nicht raus. Nein, 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 nein. Ich hab keinen Bock mehr. Weil wir so in unseren Gesprächen vertieft waren. Ich hab meine Silke-Peel-Achse kaputt gemacht. Weil ich abgelenkt war. Alter, so geil wie er da sitzt. Ich bin raus für heute. Der sieht so geil aus. Du bist nicht... Wir bauen jetzt diese Scheiße über uns zu Ende. Und wenn du dich jetzt verpisst, Max, dann bist du der ehrenloseste Ehrenlos, okay? Ja, dann bin ich das. Ihr habt's verkackt. Der kriegt einen Bücherblock in die Hand, weil, Achtung, Strandmann ist weise. Digga, ich hab in der Folge mehr kaputt gemacht, als ich es geschafft habe. Nimm den Bücherblock Strandmann. Dann nimm ihn doch. Du sch... Assi, Alter. Spark, wenn ich jetzt einen Block baue, einen Piston, mit so einem Endrot vorne dran, ja? Und dann so eine Glock baue, dass der Strandmann immer den Endrot ins Maul bekommt. Kriegt der davon Schaden? Ich weiß nicht, ob die... Ich weiß nicht, ob die Endrot abfällt, wenn du die bewegst. Ne, 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 die fällt nicht ab. Die fällt nicht ab, das weiß ich schon. Die Frage ist, kriegt der davon Schaden von der Endrot, wenn man dir den in den Kopf steckt? Dann macht der einmal den Magic Suck, weißt du? Dann kann der uns beraten. Weißt du, was ich meine, Spark? Das ist so ein bisschen Roleplay. Ja, ich kann mich einigermaßen reinversetzen. Findest du's geil? Findest du's geil? Sei ehrlich, also wenn... So gut reinversetzen kann ich mich auch wieder nicht. Hast du gerade eine Minecraft-Erektion? Nein. Okay. Oh, mächtiger Strandmann. Sollen wir unsere Autobahn weiter geil bauen? Sag mir was. Weißt du jetzt, was er sagt? Woher weißt du jetzt, ob er ja und nein sagt? Ist ja und ist nein. Ist doch klar. Ich schreib da nochmal zwei Schilder. Alter, wenn du das nachmachen kannst. Wie zwei... Du meinst, du spielst als Kind. Boah, Alter, ballert diese Autobahn geil durch, Junge. Huhuhu. Spark, siehst du schon Land? Äh, ich seh schon Land. Hier ist ein Akazien-Bium und ein Dorf dahinten. Oh, da mussten wir hin. Da müssen wir hin. Ja, das ist schon bei mir in Sicht. Also, ein bisschen mehr Eis noch, ein bisschen Matherag, dann bin ich dran, also... Eis, haben wir keins mehr? Dann magst du nochmal fahren, hat er gesagt? Ja, gut, er war ja unterwegs. Er hat doch bestimmt noch was im Inventar mit zurückgebracht. Ja, ich hab was richtig gemacht. Fünf Stacks. Ja, das weiß ich mal gucken. Könnte eventuell reichen. Alter, dieser Autobahn ist so schnell. Boah, geil. Richtiger Crash-Test hier vorne. Voll automatisch Weizen-Farm bauen. Du haltest jetzt das Maul mit deinen Sch***-Farmen, Alter. Romatra, ein Boot nehmen, mitkommen. Einsteigen, du geilsau. Und jetzt wird Autobahn gefahren, Junge. Bist du schon mal Autobahn gefahren? Ich glaub, grad eben bin ich einmal drüber gehüpft. Okay, pass auf. Nur wenn jeder seine Aufgaben macht, kommen wir voran. Max wirft Eier im Turm. Max. Nein. Max, er verteilt wieder einen Leuchtturm. Max, ich schwöre es dir. Ja, was denn? Warum? Was ist das? Ich schwöre es dir, warum? Was soll das so ein Problem sein? Warum verteilst du Eier im Leuchtturm? Habe ich nicht, mein Gott. Boah, das Geile ist, dass Max gar nicht mit der Autobahn fahren darf, weil er damit nichts getan hat. Ich hab das ganze Eis rangeholt. Ich weiß, ich wollte dich nur triggern. Ich hätte es aber echt im Nether verknüpft, Remi. So eine lange Strecke. Ich weiß, aber es ist schon cool, oder? Dass man es einfach an Land hat. Das ist so ein bisschen Flex, weißt du? Eist Autobahn, Junge. Ja, wenn man es erstmal gefahren hat, ist es angenehm. Junge, Eist Autobahn mit Strandmann als Töllner. Der macht Maut. Mautmann. Ja, jetzt brauchen wir nur noch Holz und Slaps und dann ist es fertig. Boah, Junge, diese Autobahn ist so schnell, Alter. Das ist so geil. Und Trimers darf dann niemals fahren. Ich hab das ganze Eis rangeholt. Ja, du könntest aber doch deutlich mehr machen. Ich hab die Nether-Rex-Go. Ich hab, Digga, ich hab gefühlt am meisten geholt für die Autobahn. Ja, Leute, ich darf heilig verkünden. Wir haben es geschafft. Ich bin hinten angekommen. Geil, nice. Wir brauchen nur noch Slaps an der Seite, damit man nicht runterfällt. Dann könnt ihr einmal komplett durchfahren. Geil, Mann. Geh oben in den Turm. Ja, ich krieg's doch hier schon mit dem ganzen Hühnern, Alter. Bist ein ganz witziger, Max. Hast überall hier Hühner hingemacht, ne? Ich helfe euch. Ich mach eine Seegras-Farm. Boah, Junge. Was denn? Das machst du doch nur zum Sch... Nein, Triggern, Alter, wirklich. Hey, helf mir mal. Revi, helf mir mal, bitte. Hau ab, Alter. Verpiss dich von mir. Ich hasse dich. Ich bring... Ich schlitze dich gleich. Ich krieg keine Luft. Hilf mir mal, bitte. Och, Revi. Das ist doch anzi. Guck, dass du an Fischs gehen. Du müsst doch viel schneller sein als ich. Fisch. 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 Ich hasse dich so, Max. Ich hasse dich so. Weißt du, wie sehr ich dich hasse? Weißt du, wie sehr ich dich hasse? Wie du an mir vorbeifährst mit deiner hässlichen Arroganz, Alter. Anstatt hier einfach zu helfen. Meine Eisenfarben ist geil. Die würde funktionieren, wenn ich nicht... Aber ich hab halt mein Name-Tag geopfert für den... Ah! 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 Ah!